Rheinhausgärten Rheinhausgärten dürfen ruhig mal aus der Reihe tanzen, sich abheben vom Rest einfach anders sein. Die richtigen Ideen dafür hat der Landschaftsgärtner. Mit Sandstein zum Beispiel zaubert er Wärme und Behaglichkeit auf die Terrasse. Ein Kiesbeet aus Lahnquazit schafft einen fließenden Übergang zu den Beeten. Der schmale Streifen zum Vorgarten wird zum üppigen Dschungel. Bambus und Elfenblumen umschmeicheln die ebenfalls aus Sandstein gehauenen Stählen. Das rahmt den Garten ein, ohne ihn zu begrenzen. Er wird größer, leichter, luftiger. Skulpturengleich verwendet der Landschaftsgärtner die Steinpfosten auch zwischen den Gehölzen um die Terrasse. Japanischer Fächerahorn und die japanische Säulenkirsche unterstreichen das exotisch-asiatische Gartenflair. Mit der Auswahl der richtigen Materialien und Pflanzen macht der Landschaftsgärtner aus uniformen Rheinhausgärten individuelle Gartenjuwelen. Selbst der kleinste Garten kommt so ganz groß aus.